Moin YouTube, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr bereits bescheid wisst, haben wir im letzten Video versucht, Rubi zu pullen. Das ist folgendermaßen ausgegangen. Wir haben nur Huma bekommen und sonst haben wir gar nichts bekommen. Aber dafür haben wir Cobalt P auf G6 bekommen. Im heutigen Video werden wir wieder auf Rubi ziehen. Das letzte Mal. Wir haben ja auch nur einen Tag übrig. Ich habe genug Puls gefarmt für eine Pity. Ich habe auch genug Dark Crystals. Die Frage ist, ob wir die brauchen. Eigentlich habe ich keine Lust, alles zu verwenden, weil ich auch auf Taki Fuwa pullen will. Und eigentlich nicht habe Geld aufzuladen für die. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Ich hoffe, wir ziehen Rubi einfach jetzt auf Pity. Dann können wir die Pity behalten für Saki Fuwa. Und dann pullen wir noch auf Saki Fuwa. Ich zeige euch nochmal, was wir haben. Wir haben Cobalt P C6, Kobasa C6, Frick C5, Red C4, King C6, Koko C6. Das heißt, für ein Feuerteam bräuchte ich eigentlich nur Cobalt P Ruby King oder Cobalt P Ruby Zero. Da ist das Ziel, Zero auch C5 C6 mal zu bekommen demnächst. Denk eh, dass ich ihn random ziehen werde. Und das wäre dann unser Feuerteam mit Cobalt P Ruby und eben Zero oder King. Und unser Ice Team besteht dann aus Prick, Tsubasa und Saki Fuwa. Je nachdem, was für Stats Saki Fuwa bei uns bekommt. Wir haben ja gesehen, Cobalt P hat bei uns doppelte Shatter als NCN. Also, es könnte auch sein, dass die Saki Fuwa einfach gar keinen Shatter geben. Dann kann ich die gar nicht in mein Team einbauen. Aber zurzeit spiele ich eben diese gemischte Combo mit Frick, Tsubasa und Cobalt P. Cobalt P als Shield Break und als konstanten Damage mit ihrer Passive, mit dem Dot. Frick natürlich als Main DPS und Tsubasa als Sub DPS, die auch ordentlich rein Shep hat. Wir gehen direkt rein und pullen jetzt auf Hubi. Wir gehen direkt rein in den 10er. So, die ersten 10. Der erste Multi. Der könnte auch von mir aus direkt SSR sein. Ist er leider nicht. Gib mir und gehen direkt in den nächsten Mult. Ich brauche kein SSR. 20 Puls haben wir schon gemacht. Jetzt kommt Nummer 30. Es ist wieder kein SSR. Wir gehen die Nummer 40. Aber wir hatten ja schon 10. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Wie es sagt, wir werden wir wahrscheinlich nicht aufladen müssen. Kannst du keinem erzählen. So, das ist jetzt Pull Nummer 60 in diesem Video. Aber 70 von 80 in Pity. Also der letzte Multiforder Pity. Auch nichts. Wir müssen einfach auf die Pity zoffen. Wenn ich jetzt Rubi nicht ziehe, dann kaufe ich sie mir raus und behalte sie 10-0, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir gehen einfach davon aus, dass ich sie jetzt ziehe. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Witz. So, dass das ein SSR ist, wissen wir. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es Rubi ist. Pull Nummer 1. Den wird sie sein. Nummer 10. 2, Hilda. 3, 4, 5. 6, wieder Hilda. Das ist was am Bait. 7, 8, 9. Ne, wir müssen jetzt 5 spielen. Ich habe keine Hoffnung, aber guck mal. Bitte. Nein. Ich habe doch King C6. Das ist eine Verarsche. Ich kriege 10 Flammengold. Ich kriege 10 Flammengold. Was mache ich jetzt? Ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Also, eigentlich müsste ich jetzt weiter pullen, ne? Aber ich will nicht. 170 Flammengold. Also, wir können auch auf 240 Flammengold gehen und sie zweimal rauskaufen. Das wären dann an sich 70 Flammengold, die uns fehlen. Also wären das 60 Pulls. Kriegen wir 60 Pulls? Wir kriegen 50 Pulls auf jeden Fall hin. Ey, das ist... Ich habe so keine Lust. Ich muss jetzt weiter pullen. Die Sache ist, dass ich Rubi unbedingt haben will. Und C0 ist halt... Also, C0, dann kann ich sie auch nicht pullen einfach. Wäre viel logischer. Bevor du sie C0 pullst, pulst du das lieber gar nicht. Ich bin so gebrochen. Wir pullen jetzt weiter. Wir pullen jetzt leer. Wieso King? 10 Flammengold. Oder zumindest... 3 SR ist okay. Wir könnten vielleicht mit den restlichen 40 Pulls, die 240 voll machen, sehr unwahrscheinlich. 230 machen wir auf jeden Fall voll. Scheiße, ich muss dann vielleicht noch ein paar einzelne aufladen. Wir gehen mal rein. SR, direkt weiter. Das Game gönnt wir heute nicht. Game und die Cam gönnt wir heute auch nicht. Das Game gönnt wir heute nicht. Wir haben irgendwie unser Glück aufgebraucht. Ach, bitte, Mann. Kann doch nicht sein. Ey. Der muss jetzt... Das ist jetzt der sein. Ich weiß nicht. Von mir aus könnte ich mir wieder King geben. Dann kriege ich 10 Schwarzgeld. Dann kann ich es jetzt 3 mal kaufen. Aber nein. Also ich glaube, wir sind alle. Und uns fehlen 10... 10 Schwarzgeld. Wir haben um die 7 Pulls hier oben. Wenn ich in den 7 Pulls 3 mal SR ziehe, würde ich es gleich... Oder wir laden kurz auf. Wir laden. Aber wenig. Eine Sekunde. Wir sehen uns gleich, wenn ich pleite bin. Wir sind soweit. Wir haben aufgeladen für einen 10er noch. Ich bin echt daumengrad. Ich hatte gar keine Lust aufzuladen. Ich bin richtig deprimiert jetzt. Aber ja, jetzt müssen wir das meiste aus unserem Tanium rausholen. Das habe ich leider schon jeden Tag gekauft. Das heißt, ich kann es heute nicht mehr holen. Dann gehen wir mal rüber. Der letzte Multi. Der wird jetzt wahrscheinlich auch nichts ausspüchen. Also keine Ruby. Aber dann können wir sie zweimal kaufen. Das ist so nicht wie auf Tanium dafür auszugeben. Ich habe auch alles in den Angeboten leer gekauft. Das werde ich nicht holen. So. Wir gehen ein letztes Mal rein. Und rein da. Ja. Wie erwartet. Wieder nicht. Aber wir können sie jetzt zumindest zahlen. Echt krass. In 240 plus 2 SSR nur. Und noch dazu keine Ruby. Das tut weh. Zweimal kaufen. Und ich kriege sie nicht mal C2. Aber dafür haben wir sie jetzt. Da ist sie. Schön. Die, die mich pleite machen. Und dann leveln wir sie noch. Krass. Ich kriege sie gerade nicht höher als 140. Weil mir Herz aus Lava fehlt. Also Elementarherz. Gut. Dann level ich sie ja noch die Tage. Max. Ja klar. Aber wir haben sie jetzt. Da ist sie. Schön mit Cobalt-P. D6. Kommi. Wir sehen uns dann einfach hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein.